Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerd-Zeitalter. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gehen auf Play. Ich hab den Kurs gesetzt. Ja, wir haben das Signal diesmal ausgelassen, denn wir haben keine Ressourcen mehr, um uns mit den Piraten anzulegen. Deswegen lassen wir das einfach mal und schauen mal ganz kurz. Ich glaube, wir müssen Dinge reparieren. Jawohl, das Klo. Oh, hier haben wir noch was und hier haben wir noch was. Und hier sind doch auch noch Sachen eingeschlagen. Ja, oh ja, okay. Hier bitte reparieren, hier bitte reparieren. So, wir haben den... Oh Mist, den müssen wir ganz, ganz dringend wieder anschließen. So. Und ihm hier bitte sagen, du musst bitte Wasser holen. Ganz, ganz dringend. Ja. Okay. Gut. Ähm, die Düse ist hier und wir fliegen in diese Richtung. Okay. Ich wäre davon ausgegangen, dass dann zumindest das Schiff dreht. Das wäre doch, das wäre doch ein Ding gewesen. Toll. Einfach umgesetzt und dann vergessen. Nun gut. Nun gut. Gut. Dieses Spiel macht mich fertig. Noch fünf Essen. Kein Wasser mehr. Unsere Sauerstoffproduzenten laufen noch. Sind auf Halbzeit. Ja, hier sogar unter Halbzeit. Hier noch auf Halbzeit. Okay. Okay. Wir könnten ja mal versuchen, in der Zeit... Ähm... Okay, hier Wände. Ich hier nochmal zwei Wände rein zu zimmern. Dann können wir die drei nämlich abbauen. Damit kriegen wir da noch ein bisschen Platz hin. So. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig. Mhm. Okay. Wir sind angekommen. Okay, wir versuchen zu handeln. Teleporter erforderlich. Okay. Wir haben einen Teleporter. Können wir den reparieren? Ja, können wir. Und... Wir schließen ihn an. Wo. Oh. Okay. Okay. Und jetzt versuchen wir. Okay. Teleporter. Aber ich hab doch einen. Okay. Zählt das vielleicht nicht, weil der kaputt ist? Könnte das vielleicht sein? Okay. Sorry, Simon. Mhm. Hm. Noch drei essen? Wieso bist du nicht verbunden? Ich hab dich doch gerade verbunden. Da. Doch. Verbunden. Okay. Er braucht 0,4. Okay. Verstehe ich gerade nicht. Okay. Wir bauen den. Wir reparieren ihn. Nee. Jetzt ist er unbeschädigt. Und er ist nicht verbunden. Warum? Das geht hier rüber. Das geht hier hin. Genau. Okay. Wir drücken mal. Äh. Ein drückgelingende Verbindung mit dem ausgewählten Anschlüsse herzustellen oder zu entfernen. Okay. Kann ich einen? Bereit zum Freischalten. Ja. Äh. Details? Nein. Äh. Suchen. Teleporter. Kurzstrecken-Teleportation. Können wir nicht. Fehlt uns noch ein Tech-Datoid. Okay. Und das ist genau der. Kleines Gerät, das die Teleportation von verschiedenen Gegenständen und sogar Lebewesen über geringe Entfernungen ermöglicht. Das Gerät ist zu 99,997% zuverlässig und sehr sicher. Okay. Ja. Das ist der einzige Teleporter, den wir hier haben. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach. Wir brauchen. Oh. Wir brauchen wieder 6 Punkte. Okay. Gut. Also. Wir versuchen das noch herumzureißen. Wir bauen Speicher. Speicher. Du bist schon komplett verbunden. Du kannst die zwei noch aufnehmen. Okay. Diese zwei Speicher. Dann gucken wir hier hin. Du stellst Tech, äh, Tech-Datoiden her und du sagst, du hast keine Transistoren. Das heißt, wir müssen Transistoren wiederherstellen. So. Genau. Okay. Dann lassen wir hier mal etwas schneller laufen, damit hier Dinge fertig werden. Genau. Ach ja. Okay. Da brauchen wir auch wieder die Transistoren für die. Ah. Okay, sonst können wir nämlich auch nicht freischalten. Okay. Na, komm schon. Kommt schon, Leute. Uns geht die Luft aus. Okay. Ihr seid nur voll. Gut. Du kommst hier hin. Haben wir den Tech-Datoiden? Äh. Gut. Suchen. Teleporter. Ist gesperrt. Jetzt. Genau in dem Moment ist er da. Sehr gut. So. Nicht verbunden. Keine Aufgabe. Energieknoten. Für Handel festlegen. Jetzt. Okay. Das ist es. Für Handel festlegen. So. Dann gehen wir jetzt hier hin. Das wäre wahrscheinlich auch gerade gegangen. Kriegen wir hier Eis. Wasser kriegen wir. Okay. Okay. Gucken wir mal, was die dafür wollen. 4,29 wollen sie. Okay. Das heißt, dann kriegen sie von uns hier. 4,29. Was ist jetzt hier? Der Händler hat nicht genug Geld, um deine Transaktion abzuwickeln. Okay. Aber wir wollen doch das hier. Ähm. Okay. Kupferplatten nochmal wegnehmen. Ah. Okay. Wir müssen nur 759 bezahlen. Okay. Okay. Und das ist sein Geld. Okay. Das heißt, wir werden jetzt dann... Warte mal. Gehen wir ihm nochmal Kupferplatten? Ja. Das können wir machen. So. Wie sieht es denn aus mit Proteinen? Habt ihr Proteine? Wir nehmen hier mal eine Tracksuit mit. Ein Grabbler. Was macht der? Äh. Okay. Ach, das ist... Ah, für die Roboter. Da, wo wir noch überhaupt nicht reingegangen sind. Okay. Kaffeebohnen. Mohnköpfe. Pflanzenfasern. Schiffsbohrer-Erweiterung. Was machst du? Shift. Control. Nee. Okay. Gut. Also wir haben jede Menge Zeug irgendwie. Wir hätten auch Stahlplatten verkaufen können. Aber ich glaube, mit Kupfer sind wir eigentlich gerade... Laufen wir gerade ganz gut. Gut, okay. Seht ihr noch irgendwo Protein? Zum Handeln? Nein? Okay. Machen wir jetzt mal den Handel durchführen. Okay. Das heißt, das Essen geht uns aus. Und wartet mal, Leute. Jetzt benutzt der Sven einfach mal... So. Nein. Ähm. Okay. Okay. Anscheinend bin ich da nicht allein. Okay. Okay. Gut. Ähm. Anscheinend war ich gar nicht so falsch. Hier. Bitte. Das hier... Schalten wir mal aus. So. Und der erzeugt... Der erzeugt Abwärme. Okay. Leer. Leer. Okay. Dann gucken wir mal, ob der jetzt Mehl herstellt. Okay. Es wurde tatsächlich mal sauber gemacht. Wir haben... Okay. Es wird gerade das ganze Wasser aufge... ...aufgefüllt. Mag sich hier drum mal jemand kümmern. L... L... Ah. Mensch. Okay. Was stellt der jetzt her? Was stellt der her? Oh. Äh. Ich glaube, wir haben gerade... Ähm. Okay. Wir... Wir reden nicht über... Ähm. Dinge. Ähm. Ähm. Okay. Dispose. Ja. Ähm. Können wir den hier auch disposen? Nee. Die Krabbeler können wir nicht disposen. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Also wir machen jetzt etwas, womit wir Protein herstellen. Okay. 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 Ich habe gerade gelesen, dass ich hier mal auf das Fragezeichen gehen kann. So. Ah. Ja. Ich will wieder hier hin zurück. Dann, ähm. Okay. Dann eben so und so. Okay. Also. Ja. Genau. Der Kalle macht jetzt einen leckeren. Das war mal ein Kolonistauflauf. Okay. Ich glaube, das ist auch der Titel der Folge. Hm. Lecker, schmecker, Kolonistenauflauf. Ähm. Wie dem auch sei. Wir gucken mal ganz kurz hier in die Ressourcen. Und wir haben. Wir haben 22 Getreide. Okay. Wir haben 22 Getreide. So. Hier müssen wir irgendwie Licht reinbringen. 39 Wasser. Ja. Das hätte geholfen, das Ding anzuschließen und zu gucken. Oh. Und damit kriegen wir auch Stammzellen. Oh. Ähm. Ja. Ähm. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich, äh, Leute aus, äh, also mit diesen Leuten eine Kolonie gründen möchte. Ja. Okay. Ähm. So. Wir könnten mal hier kurz reingehen. Suchen. Mehl. Biochemische Extraktion. Ist schon freigeschaltet. Dafür brauchen wir den Nährstoffextraktor. Okay. Kann Proteine machen. Kann Leder machen. Kann Getreide. Und Mehl. Okay. Okay. Ah. Jetzt werden aus den Stammzellen auch direkt mal biotische Dings hergestellt. Ich bin nicht so begeistert. Wasser, Protein, Stammzellen. Ja. Das ist alles, woraus, ähm, äh, wir bestehen. Okay. Aber das hilft uns, Leute. Es hilft uns. So. Judi. Okay. Dann haben wir es vielleicht doch noch geschafft. Was ist denn hier noch übrig? Ähm. Äh. Hallo? Lagern? Automatisch sammeln. Warum werden die nicht gesammelt? Okay. Space Suit, Space Helmet. Leute, sammelt das doch mal ein. Ist das verboten? Äh. Befehlen. Hier hin. Und. Nein, dich nicht. Obwohl, dich können wir mal direkt disposen. Dann ist das auch erledigt. Und dann können wir diese Dinge hier auch umsetzen. Hier hin. So. Ja, da werden sie geholt. Oh, sehr schön. Gut. Ach, ich weiß, warum die nicht eingesammelt werden. Beziehungsweise habe ich da ein Gefühl für. So. Weil wir nämlich keine Schränke dafür haben. Okay. Äh. Dich kriegen wir gerade nicht. Wegen fehlender Kupferkabel. So. Jetzt gehen wir wieder auf langsam. Äh. Hallo? Da. Stoppen. Bitte. Kupferkabel herstellen. So. Nimmst du auch Goldkabel? Na gut. Die kann man hier auch herstellen. So weit bin ich nur noch nicht. Okay. Dann haben wir hier alles gehandelt, was wir handeln können. Dann gehen wir doch mal hier nach Boldwood rüber. Ne, das ist ein Planet. Hier. Zu der Station. Reisen wir hier hin. Weil Essen kommt jetzt wieder. Protein haben wir ein bisschen was. Ja. Aber irgendwann gehen uns natürlich auch, ähm, die freundlichen Nachbarn aus. Ne, will ich nur noch mal erwähnen. Ja. Und ich weiß nicht, warum sich Angolsch nicht reparieren geht. Body Damaged. Servo Arm. Ah, weil den kriegen wir nicht repariert. Okay. Dann schließen wir jetzt mal. Ähm. Dich hier an. Ne. Du kannst noch nicht. Okay. Nicht konstruiert. Ja, Kupferkabel. Ja, obwohl es müsste jetzt eigentlich gleich gebaut werden. Ja. Oh. Es ist natürlich schief gegangen. Und es muss gelöscht werden. Ja, war ja klar. So. Natürlich passieren schlimme Dinge. So. Schwupp. Forschung zum Freischalten. Drei. Ja, es fehlen uns Tech-Datoiden. Die müssen wir herstellen. Und dann kommen wir hier vielleicht weiter. Äh, Brandbekämpfung? Nein. Präzisionsschubdüsen. Genau. Wo wollten wir denn als nächstes hin? Wir wollten, glaube ich, in diese Richtung. Da brauchen wir acht Tech-Datoiden. Für die Datenkomprimierungsverbesserung. Jawohl. Aber dafür brauchen wir Goldwire. Haben wir Goldwire? Wir gucken mal kurz. Kupferkabel. Goldwire. 41. Okay. Damit könnten wir tatsächlich ein bisschen was anfangen. Mhm. So. Ach, und außerdem. Forschung. Wartet. Mal hier wieder ein bisschen auf langsam. Wir müssen mal langsam in Richtung Robotik gehen. Da sind wir noch überhaupt nicht unterwegs. Wir können die Wartung machen. Aber sonst noch nix. Da brauchen wir sechs Tech-Datoiden. Search for unused or damaged robots. Bot-Doc. Okay. Ich weiß nicht, was das besser macht. Assembly Hub. Einfacher Datoid. Okay. Was sagen wir? Removing robotic body parts. Ja, das könnten wir. Da könnten wir uns mal hinbewegen. Okay. Das heißt, wir werden mal. Äh, wartet. Hier brauchen wir 21. Das heißt, wir werden die Einfachen mal auf. Äh. Da. Äh. Werden wir mal hochstellen auf 25. So. Oh, ist das schön, Leute. Oh, ist das schön. Und wir müssten uns, glaube ich, gerade. Ah. Hier. So. Das heißt, wir werden hier handeln. Okay. Ähm. Einen. Okay. Wir gehen auf. Wir bleiben mal auf Pause. Wir gucken uns den Angrolsch an. Was braucht Angrolsch nochmal? Er braucht einen Servoarm. Er braucht... Ne. Doch. Einen Servoarm. Braucht er. Genau. Und einen Grabber. Okay. So. Handeln. Einen Servoarm. Habe ich doch hier gesehen. Ach, den Grabber hätte es auf der anderen Station gegeben, ne? Den hätte es auf der anderen Station gegeben. Angereichertes Uran, jede Menge Klamotten. Okay, haben wir mittlerweile Mehl? Ne, Mehl stellen wir immer noch nicht her, obwohl ich den Nahrungssynthesizer habe. Okay. Das heißt, wir nehmen hier mal das ganze Mehl mit. Und wir nehmen hier mal die Überlebensrationen mit. Dann gucken wir hier nochmal nach dem... Oh, Wasser, Leute. Wasser. So, kriegen wir hier auch... Oh, wir kriegen gut für die Kupferplatten. So. So, jawohl. Energieeffizienzverbesserung. Die nehmen wir auch mit. Oh, und wir nehmen das Protein natürlich mit, damit wir auch wieder kochen können. Wir könnten hier auch ein paar Zahnräder mitnehmen. Einfach mal, um unseren Vorrat ein bisschen auch zu buffen. Kohlenstofffasern, zwei. Okay. Getreide, okay. Okay, wir müssten gerade bezahlen. Das heißt, wir... Wir müssten wir nicht. Machen wir so. 160. Machen wir... 100. Ja, machen wir auch 100. Genau. 100, genau. Ähm... Und wir gucken mal hier. Bleiplatten. Glas haben wir eine Menge. Stahlplatten. Okay. Okay. Okay, damit machen wir das. Nehmen wir mal mit Alt. Okay, Alt ist die Hälfte von dem, was wir haben. Okay, Shift. Und jetzt sagen wir hier 350. Genau, so ist gut. Okay. Handel durchführen. Okay. Jetzt wird hier mal ordentlich, äh... Gearbeitet. So. Wählende Werkstoffe. Wieder Aufbereiter. Hat im Moment keinen Dings. Der Organ Storage braucht Eis nach wie vor. Eis haben wir aber gerade nicht gekriegt, ne? Eis war nicht im Angebot. Äh... Wir gucken nochmal. Handeln. Schauen wir nochmal. Oh, wisst ihr was? Eigentlich könnten wir ihm auch ein Multitool kaufen. So. Okay. Ach, wisst ihr was? Das Brot nehmen wir auch mit. Komm. Komm. So. Oh, er hat immer noch Wasser. Hat immer noch Wasser. Oder wieder Wasser. Okay, jetzt müssten wir 9000 bezahlen. Ach, weil die Energieeffizienzteile so viel kosten. Ja, dann, ähm... Doch, können wir eigentlich machen... Können wir eigentlich machen... Äh... Ne, warte mal. Das machen wir nicht. So. Und wir nehmen hier mal den Advanced Microchip mit. Und den Improved Microchip. Auch zwei. Die gehen uns nämlich hier langsam aus. Da haben wir jeweils nur noch einen. Das ist schlecht. Und, äh... Damit werden wir den Handel so hier durchführen. So. Okay. 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 Okay, das sieht doch ganz gut aus. So. Jetzt gucken wir bei der Robotik. Dass wir den Angerolsch wieder repariert kriegen. Das wäre doch mal ein Ding, ne? Okay. Freischalten hier. Acht. Jetzt müssen wir wieder warten. Genau. 9 und 21. Wir checken mal hier, ob die Einstellungen korrekt sind. Ähm... Nein. Hier. So. Doch, ja. Das ist okay. Und... Und... Du gehst auch immer hier hin. Okay. Und sind die Transistoren wieder ausgegangen? So. Vielleicht baue ich mal... Eine zweite Werkbank. Halt. Äh... Kuh. Ja. So. Ich hoffe, das geht. Okay. So. Ja. 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 Es kann sein, dass wir das hinkriegen. So. Was fehlt hier? Werkstoffe, Transistoren. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch wieder auf Transistoren. Okay. Ja, schon stoppen. Und Transistoren herstellen, bitte. Und zwar immer auf 20. Immer auf 20. So. So. Hier müsste man noch Platz haben. Jawohl. Anschließen. Und hier sagen wir jetzt... Grundsätzlich... Äh... Nein, keine Verbesserungsmodule. Hier wollen wir jetzt immer Kupferkabel herstellen. Und zwar auch immer auf 20. So. Okay. Damit ist jetzt erstmal unsere Versorgung gesichert. Jawohl. Kupferkabel hier, die Transistoren. Sehr gut. Und wir gehen hier mal wieder auf langsam, Leute. So. Und dann gucken wir uns... Hier wäre auch noch ein Dings gewesen. Ja, dann gucken wir uns mal hier Bollywood an. Ich meine, äh, Boldwood. So. Was bist du? Ach, du bist... Ach, das ist so ein Roter. Okay. Gut. Dann lassen wir hier mal weiterlaufen. Gucken mal. Äh... Hier. Eigentlich... Ach, hier brauchen wir die Goldweyers. Genau. Mikrochips, Glasfaser, Plastiktransistoren, Goldweyer. Okay. Wir schalten... Oder? Wartet mal. Gehen wir auf die Robotik. Ja, ich müsste eigentlich gerade fünf Sachen gleichzeitig machen. Hier den Assembly Hub. Okay. Freischalten. Docking Station for any robot. Okay. Okay. Dann fangen wir mal hier mit Bauen an. Äh, du bist bei fünf von acht. Wir bauen hier mal... Das Ding hier. Dann gehen wir hier rüber. Spezial. Teleporter haben wir freigeschaltet. Elektrizität... Halt. 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 Äh... Den wollen wir nicht. Stopp. Wir bauen hier einen großen Stromanschluss. So. Dann wollen wir... Ähm... Einrichtungen. Genau das Ding hier. So. Dann wollen wir hier einen... Ja, hier kommt man durch. Dann wollen wir hier einen Dock hinsetzen. Und einen Assembly Hub. Oh mein Gott. Okay. Ist auch groß. Dann kommt der hier rein. Okay. Part Storage. Hier sind vier Dinge drin. Okay. Servo-Arm und Multitool sind hier drin. Okay. So. Der Forschung fehlen Ressourcen. Ja. Ähm... Das heißt, wir müssen... Nochmal hier... Einen Speicher bauen. So. Fehlende Werkstoffe. Zahnräder. Wir machen hier mal Q. Äh... So. Okay. Das sind acht. Das sind fünf. Dann schließen wir dich hier direkt mal an. So. Sehr gut. Du baust hier schon. Okay. Bold Wood angekommen. Gut. Dann. Bauen wir uns das hier mal... Oh, hier ist eine Menge Zeug. Okay. Und hier ist auch noch eine Station. Okay. Dann gehen wir erst mal... hier hin reisen. Mhm. So. Ähm... Du... Verbindest jetzt mal bitte hier hin. Und du verbindest das hier. Du machst mal hier Licht. Genau. Jetzt ist hier mal Licht an. Okay. Oh, wir haben schon wieder... Dinge getan, Leute. Okay. Was fehlt hier? Hier fehlt nix. Weil dann werden wir hier nämlich dauerhaft... Äh... Zahnräder... Äh... Einstellen. Für die Herstellung. Als wir immer 20 Zahnräder auf Fort haben... Dann müssen wir nämlich nicht mehr... Immer zu hin und her schalten. So. Warum hast du... Ach, hier ist zu kalt. kalt. Gut. Dann werden wir dich jetzt mal umsetzen, bitte. Hier hin. Du bist die Demontage-Maschine. Du wirst hier angeschlossen. Und weil es hier zu kalt ist, müssen wir dich hier leider... auch umsetzen. Und zwar hier hin. Okay. So. Der Kalle ist draußen. Der hat sich nämlich schon einen... einen Raumanzug geschnappt. Und der guckt hier durchs Fenster Leuten hier auf der Toilette und beim Duschen zu. Was ist denn los mit dir, Kalle? Äh... Zahnräder. Okay. Bedeutet, hier müssen wir auf... Zahnräder umstellen. So. Herstellen. Und zwar immer auf... Zwanzig. So. Genau. Und dann wird das hier nämlich auf Dings gestellt. Auf, äh... Kupferkabel. Okay. Okay. So. Das Ding ist umgesetzt. So. Jetzt wird's angeschlossen. Hier müssten wir jetzt was frei haben. Jawohl. Und machen jetzt hier... Bediener. Verbesserungsmodule. Keine. Medizinische Behandlungsplätze. Leer. Wir sind auf Ruby angekommen. Okay. Sehr schön. Wie ist es bei dir hier? Sieben von acht. So. Dann schließen wir dich hier an. So. Halt. Das war falsch. Hier. So. Okay. Jetzt können wir auch wieder... Borschen. Jawohl. So. Dala. Du brauchst Zahnräder. Du brauchst auch Zahnräder. Und wir machen mal eine Expedition, Leute. Äh. Wir sind bei Ruby ange... Okay. Das ist jetzt aber irgendwie nicht. Expedition starten. Du nicht. Du nicht. Haben wir Roboter verloren? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Angrolsch lässt sich hier gerade mal aufladen. Können wir dich hier hinschicken? Keine Aufträge. Zahnräder. Angrolsch. Okay. Nee. Das ist der Arbeiter. Ich will hier reingucken. Genau. Medizinische Behandlungsplätze. Bediener. Details. Codex. Eintrag. Facility for installing and removing robotic body parts. Ja. Okay. Bin mir unsicher. Bin mir unsicher. Okay. So. Könntet ihr mal den hier mal bitte fertig bauen? Das fände ich cool. Äh. Äh. Hier. Hallo. Expedition starten. Entfahren. Entfernen. Und. Erfordert die gesamte Besatzung. Nein. Ach. 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 Ich habe ausgesehen auf X geklickt. Das war's. Leute. Das war's. So. Wir schließen dich hier an. Und sagen jetzt hier bitte. Du machst jetzt hier bitte die Kupferkabel. Jawohl. Und zwar immer bis 20. So. Okay. Und jetzt müssen wir mal tatsächlich. Hier mal. Äh. Unsere Energie wieder angucken. Gut. Der Energieverbrauch ist tatsächlich immer noch niedriger. Okay. Wir haben gut für die Zukunft vorgesorgt. Gut für die Zukunft vorgesorgt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So. Jetzt müssten wir in der Lage sein. Wir gehen nochmal hier auf die Forschung. Die Festplattenkomprimierung. Ja. Da brauchen wir 16 für. Dafür brauchen wir dann die Zahnräder. Ja. Ja. Und da sind wir auch schon wieder in der Overtime, Leute. Das Spiel fesselt mich so sehr, dass ich einfach nicht auf die Uhrzeit gucke. Und. Ähm. Da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf Twitch. Bleibt dran. Ich mache noch eine Folge. Genau. Bis dahin. Euer Sven. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.